moin leute was geht ab hier ist wieder der geist heute in diesem video möchte ich euch eine neue geheime herausforderung zeigen und zwar ihr müsst bären finden leute und wenn ihr diese bären findet dann kriegt ihr 15.000 xp ich zeige euch jetzt wo man diese bären findet und wo ihr dafür landen müsst so leute seit dem spiel angekommen dann fliegt nach welping woods ihr müsst dahin fliegen wo ihr auch vorher die mission gemacht hat für die zwerge oder wo ihr die angriffspläne von ted finden musstet das ist hier unten leute ich zeige euch das gleich noch auf der karte ich mache das bei gruppenkeile damit ich meine ruhe habe und falls euch jemand tötet dann könnt ihr ganz leicht wieder hinfliegen so für euch verzichte ich sogar auf das lama leute so am besten wenn ihr hier bei dem haus seid ich mache euch das noch mal hier auf der karte geht ihr am besten hier durch den geheimen gang hier runter macht die tür kaputt ja und dann haben wir hier diese gefängniszelle die öffnet ihr und ihr seht leute die bären retten da drückt einmal drauf ihr habt die bären gerettet und jawohl 15.000 season ep erhalten ich hoffe euch hat das video gefallen leute ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen falls ja schreibt mir die kommentare lasst ein like da und vergiss nicht zu abonnieren bis später ciao